Bauchschmerzen, Durchfall und Blähungen. Papa hat ständig Pupf. Aber dann wurde mir eine Apotheke Kijimea Pro empfohlen. Meine Darmbeschwerden sind wie weg. Kijimea Pro. Mehr auf kijimea.de. Herzlich willkommen zu Atok24 am 9. Oktober. Heute Mittag wurde der Deutsche Apothekertag in München eröffnet. Wieder nicht mit dabei? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Er lässt sich wie schon im vergangenen Jahr digital zuschalten. Im Bundestag ist Sitzungswoche so die Entschuldigung, dass die Einladung nur per Videoschaltung wahrgenommen werden könne. Bevor Lauterbach zu den Apotheken kommt, sind Nobelpreisträger in Physik und Chemie und die Krankenhausreform wichtiger. Nach ein paar Minuten kam der Minister dann doch noch auf die Apothekenreform zu sprechen. Ein Schlüsselsatz seiner Rede? Es ist eigentlich die Reform, die sie über viele Jahre gefordert haben. Seit 37 Jahren ist Jörg Wischorek im Markt aktiv, aber noch nie sei die Stimmung so schlecht gewesen wie jetzt, sagte der Vorsitzende von Pharma Deutschland bei der Eröffnung der Expo-Farm. Das betreffe nicht nur die Hersteller und Apotheken, sondern das gesamte Gesundheitswesen. Da frage ich mich schon, wer hier der politische Geisterfahrer ist, so sein Zitat. Auch die anderen Verbände stellten sich klar an die Seite der Apotheken. Die geplante Wiedereinführung von Rx-Sconti ist einer der wenigen positiven Ansätze im Apothekenreformgesetz. Dem Großhandel sind solche Pläne nach dem erstrittenen Urteil des Bundesgerichtshofs ein Dorn im Auge. Der Vorsitzende des Branchenverbands Fagro, Markus Freitag, warnt davor, dass sich Apotheken und Lieferanten auseinander treiben lassen. Mit dem E-Rezept muss auch die Charge übermittelt werden, was heimversorgende Apotheken vor Probleme stellt. Noch gilt eine Friedenspflicht, doch diese läuft im kommenden Jahr ab. Die Verbände BAVV und BPAV haben jetzt eine Lösung gefunden und einen Vertrag mit der AOK Rheinland-Hamburg unterzeichnet. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.